Hallo, ihr da draußen. Ich begrüße euch bei einer neuen Adventskalender-Folge und bei mir ist heute der liebe Kai. Hallo! Hallo! Es freut mich ganz sehr, dass wir heute hier dazu sind, weil Kai ist einer der wenigen der, naja, Mysterium-Podcast-Teilnehmer, der es tatsächlich schon mal geschafft hat, in die große Ausstellung in London. Wow! Ich nehme mir das Gefühl auch schon ewig und 300 Jahre vor, das mal eigentlich zu machen, aber irgendwie scheiterte man an verschiedenen anderen Umständen. Ich war bisher nur in einer kleineren Gastausstellung, die sich mal in Babelsberg gefunden hat, das war auch ganz süß und man konnte sich viele kleine Dinge angucken, aber wir wollen natürlich all deinen Input haben, den du uns geben kannst zu der großen Ausstellung. Erzähl uns mal von deiner Reise dahin. Lots of pressure. Also, ich war eigentlich in den letzten paar Jahren mindestens zweimal in London gewesen. Beim ersten Mal hatte ich jetzt nicht allzu viel Zeit gehabt, dort hinzukommen. Aber dann beim zweiten Mal, bei der zweiten Reise dorthin, man muss dazu sagen, ich bin ab und zu auch bei Fan von einem amerikanischen Podcast und die haben dann hier und da mal Trips nach London gemacht. Dann habe ich dann halt auch den Trip nach London gemacht und dann gedacht, wenn wir schon in London sind, kann man ja auch mal zu den Liebesten Studios mal fahren und da die, also, nee, Moment, nicht nur zu den Liebesten Studios, sondern auch zu Kings Cross Station fahren. Also, quasi dort, wo normalerweise der Zug immer abfährt. Und das ist, generell ist es halt schon, also, du hast da eine ständige Ausstellung bei der Prinzip zwischen, du hast einerseits so einen alten Gleisbereich und einen neuen Gleisbereich. Also, auf der einen Seite eins bis acht oder eins bis neun und auf der anderen Seite zehn und so weiter. Und dazwischen hast du halt wirklich neun, drei Viertel. Ach, süß. Und da hast du halt wirklich, also, einerseits einen Shop und auf der anderen Seite eine Fotogelegenheit, der immer voll ist. Also, da stehen mehrere Dutzend an und da hast du halt im Prinzip entweder, musst du wirklich so ein, zwei Stunden Zeit nehmen, um halt dich in die Schlange zu stellen, damit du halt wirklich so ein Foto davon machen kannst oder, ja. Ein Foto gemacht? Ich hab, ich hab mich daneben gestellt und andere Leute dabei fotografiert, aber mich nicht selbst, aber, ja, muss ausreichen an der Stelle. Okay, ja, es dauert dann auch immer halt so eine ganze Weile, kenne ich. Ja, und vor allen Dingen, du, das ist halt mitten in einem normalen Bahnhof, also, in der größten Bahnhöfe Londons. Und da hast du halt so eine ständige Dauerschlange, die einfach vor der Wand steht, um einfach dies hier zu machen. Also, du hast da wirklich mehrere Leute, die da angestellt sind, die dir ja dann erst mal Schals reichen, damit du halt entsprechend deinem Haus dann halt dich dort anstellen kannst, und du zumindest mal das perfekte Foto machen kannst. Die halten dann auch so Kamera noch für dich und, ja, und dann kommt dann schon der Nächste, ähm, ja, der dann halt das nächste Foto machen will. Aber das machst du mit deiner eigenen Kamera, also, oder Handy? Ja, ja, normalerweise machst du das mit deiner eigenen Kamera. Ähm, wobei, ich glaub, du hast im, im Shop selber auch noch die Möglichkeit, noch das eine oder andere nur noch ausdrucken zu lassen, aber ich glaub jetzt nicht, dass es jetzt irgendwie ein Foto gewesen ist, und da ist jetzt auch schon irgendwie zu lange her, zwei Jahre, verdammt. Genau, und, also, das ist ohne jetzt irgendwie großartig was, äh, was bezahlen zu müssen. Also, auch wenn du, wenn du irgendwo in London bist, kannst du halt da jederzeit hingehen. Und die liebsten Studios, das ist im Prinzip dort, wo die Filme normalerweise gedreht werden, ähm, gibt's halt so eine Dauerausstellung, die sie dann nach dem Dreh, äh, von, ähm, den, ähm, ähm, Deathly Hallows Teil 2, ähm, quasi allokiert haben und dann dort ihre ganzen, ähm, Studio, äh, Lager mal durchwühlt haben und einfach mal geguckt haben, was man da alles ausstellen kann. Und es kostet ungefähr, also, als ich reingegangen bin, so um die zwischen 50 und 60, äh, Pfund pro, pro Person. Mhm. Ähm, musstest schon in der Zukunft, äh, vorbestellen, was, also, die nächsten ein, zwei Monate in der Zukunft ist meistens immer schon ausgebucht, komplett. Ach, okay. Hätte ich nicht gar nicht erwartet. Also, du musst schon, du musst schon, wenn du, wenn du nach London willst, solltest du schon, was weiß ich, zwei, drei Monate im Voraus schon das Ganze planen. Weil es ist halt brutals, brutals ausgeplant, was das angeht. Und da ist halt auch wirklich so, so eine gewisse Taktung, ähm, ich glaube, irgendwie so alle Viertelstunde geht halt ein irgendwie neuer, neuer Tross halt los, ähm, und du kannst dich dann halt im Prinzip, äh, für eine bestimmte Uhrzeit anmelden. Gehst dann dorthin, äh, kannst dann halt deine Sachen abholen, das du bestellt hast vorher und deine, deine ganzen, äh, Sachen halt abgeben, also deine ganzen Taschen und so. Ähm, und dann kannst du dich dann anstellen an quasi den, den Anfang von, äh, dem Teil. Und dann wirst du dann reingelassen. Und am, am Eingang, also bevor du überhaupt reingehst, äh, zu dem Zeitpunkt, äh, wo ich da gewesen bin, hast du, hast du schon direkt so einen riesigen Drachen gesehen. Also einer der Drachen, die, äh, Kringotts, äh, so, so halb zerstört haben in 7.1. Äh, äh, das quasi direkt über dir hängen. Und du kannst dann direkt schon von, von unten sehen, so, uh, 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 also da sind dann doch schon eher größere Modelle auch, auch zu sehen. Und, ähm, was ich noch dazu sagen muss, ich bin, äh, Mitte November reingegangen, also, äh, ungefähr Zeit wie jetzt. Ja. Ähm, aber da hast du halt auch so eine besondere Variante der, der Tour gesehen. Weil da hast du halt wirklich so eine, so eine Weihnachts, äh, Atmosphäre, wo dann halt alles, äh, weihnachtig dekoriert ist. Also du hast dann halt zum Beispiel die große Halle, die direkt am Anfang ist. Ähm, die ist komplett mit Weihnachtsbeschmückung. Ähm, du hast dir in den Außenbereichen hast du überall so Schneekanonen, die alles noch so ein bisschen mit, mit Schnee befeuern. Ähm, süß. Es ist, es ist sehr, sehr, sehr geil gemacht, was, was sie da drin haben. Naja, ich meine, Harry Potter ist ja auch meistens, also für mich ist es teilweise auch immer so ein Winter-Weihnachtsfilm. Vor allem so in den ersten beiden Filmen hast du ja doch immer so ein paar Wintersequenzen, die auch ein bisschen länger sind dabei. Da wäre ich fast gar nicht abgeneigt, das so zu sehen, weil es in meinem Kopf sowieso so ein bisschen so existiert. Aber das finde ich gut. Dann, dann musst du halt wirklich dann, ich weiß jetzt nicht, wie lang es ist, aber zumindest mal November, Dezember. Dann da mal schon bei. Also da, in der Regel haben sie es dann immer so. Äh, du hast, generell kann man sagen, ähm, man sieht sehr viele Kostüme, ähm, die ausgestellt werden. Die, also die Originalkostüme aus den allmöglichen Filmen. Also man sieht dutzende Harry-Potter-Varianten in allen möglichen Generationsvarianten. Also sei es jetzt, äh, so in, in Jeans und, äh, in, äh, 7.1 oder, äh, in der Ballvariante, äh, wie in, ähm, im vierten Film. Ähm, das sind auch stellenweise wirklich die, die Originalkostüme, die sie da noch mit, mit ausgestellt haben. Ähm, es gibt sehr viele Nachbauten von Sets. Ähm, da kann ich dann nachher nochmal eins nach dem durchgehen. Äh, sehr viele Requisiten, die sie ausgestellt haben. Und du hast auch sehr viele Bereiche, die so ein bisschen Behind-the-Scenes-mäßig erklären, wie jetzt, sagen wir mal, ähm, Sachen genau, äh, für den Film hergestellt werden. Also für den Filmprozess hergestellt werden. Also sei es jetzt einfach mal, wie ein, wie ein Haus gebaut wird, ähm, also die Dursleys zum Beispiel, das Haus der Dursleys, wo sie dann im Prinzip einfach so ein, so ein Rohbau, äh, mal gezeigt haben. Aber dann unterschiedliche Stufen, äh, des Stein-Make-ups, will ich jetzt mal so nennen. Also wie du, wie du halt wirklich so einen Stein so präparierst, dass er wirklich so aussieht, als ob das Haus jetzt schon seit 10, 20, 30 Jahren halt dort stehen würde. Also dass du dann halt wirklich am Anfang halt so relativ, äh, glatten, feinen Stein hast, der dann halt mit quasi Auflage und Auflage und Auflage dann immer, immer älter und, und verdreckter und, und in die Jahre gekommen aussieht. Also so richtig diese Textur rausbringt, wie du es eigentlich im Film halt am besten haben möchtest. Ähm, genau. Also das ist im Prinzip eigentlich auch eher so ein Behind-the-Scenes, äh, größtenteils. Wie wird überhaupt der Film gemacht, oder wie sind die Filme gemacht worden? Ähm, und, äh, welche, ja, im Prinzip welche Efforts sie machen mussten, damit halt sowas überhaupt zustande kommen kann. Jo, und, also wie gesagt, du startest eigentlich direkt am Anfang in der großen Halle und du hast dann halt wirklich, äh, im Prinzip, ich, ich kann sogar sein, dass es der, der originale Platz gewesen ist, wo sie dann quasi diese, diese, ähm, diese Holzbänke da stehen haben. Ähm, also eine richtig riesige, große Halle, die dann eigentlich weihnachtsmäßig überall ausgestattet ist. Ähm, und du hast dann vorne, äh, hast du dann halt auch so einen Rednerpult, wo du denkst, ah, da könnte jetzt gleich ein Dumbledore stehen, der dann halt deine, deine Rede hält. Ähm, an der Seite, an den Seiten hast du dann immer wieder so, ähm, Kostüme, also so Manikers stehen, die dann aber wirklich so die Kostüme von den einzelnen Schauspielern tragen. Also, denkst, okay, da könnt jetzt vielleicht ein Professor Flitwick stehen oder da ist vielleicht ein Snape, ähm, der da vielleicht so ein bisschen, äh, so angedeutet da in der Ecke steht. Sodass du ein bisschen das Gefühl hast, okay, äh, so in etwa war so die Atmosphäre oder so, hätte die Atmosphäre halt sein können. Aber gab's dann, also, wirst du dann irgendwie geführt oder wirst du einfach nur so ein bisschen wie in so einen Freizeitpark geschmissen? Ähm, sowohl, also du kannst sowohl als auch. Also du kannst am Anfang, also es gibt mehrere, äh, Pakete, die du da buchen kannst. Ja. Und eines dieser Pakete beinhaltet auch so einen elektronischen Guide, der im Prinzip halt weiß oder detektiert, wo du dich jetzt gerade befindest und dann dementsprechend halt so bestimmte Trigger bekommt, äh, wo du sagst, okay, ich befinde mich jetzt dort, ich kann jetzt halt, äh, diese, äh, Sprachaufnahme halt starten. Und du hast dann halt irgendwo dein, irgendwas, so einen Kopfhörer an, ähm, und du kannst dann halt dann, ähm, dir das dann vorspielen, wie du es gerne hättest. Äh, waren das auch unterschiedliche Sprachen? Also, oder ist es nur so auf Englisch halt? Ja, ich glaub, du konntest es in unterschiedlichen Sprachen auswählen. Ich glaub, ich hab's effektiv auf Englisch gemacht. Ja. Aber ich glaub, du konntest es auch auf Deutsch auswählen. Aber nagel mich jetzt nicht bitte drauf fest. Aber ich dachte schon, dass du auch irgendwie die Möglichkeit hast, es auf Deutsch dir anzuhören. Ja, vielleicht ist es da nicht immer alles, aber so verschiedene Spots sind dann vielleicht in mehreren Sprachen übersetzt, so ein bisschen in der Richtung. Also, so kennt man das ja aus. Ich muss jetzt, äh, daran denken, ich war in Prag auf der Burg oben und da hattest du auch so ein kleines Gerät, wo du dir das halt alles anhören konntest. Und das war irgendwie in 27 Sprachen übersetzt, aber halt auch so eher die Hotspots und nicht jedes alles. Das war dann größtenteils auf Englisch, aber die wichtigsten Dinge konnten die dann halt auch auf Deutsch anhören. Ich mein, es ist ja auch wichtig für äh, Leute, die dem Englisch jetzt nicht so geläufig ist, dass sie das dann vielleicht auch irgendwie teilweise wahrnehmen können, hören können. Ja. Daher, meine Frage. Ja. Aber bist du mit, mit so ein Ding reingelaufen? Also, du hattest dann so ein kleines Gerät sozusagen. Genau, ich hatte dann halt so ein kleines Gerät und ich hatte halt im Prinzip eine gewisse Gruppe, mit der ich dann halt gestartet bin. Ja, wie gesagt, du hast dann halt so einen gewissen Timeslot und da sind dann 30, 40 Leute ungefähr, die dann halt einmal so durchgeschleust sind und dann halt alle 10, 15 Minuten kommt dann halt die nächste Schlange. Ja. Und dann dementsprechend verteilt sich das dann halt nach vorne. Also, du kannst dann... Bist dann nicht mehr so an deine Gruppe gebunden, sondern nur so für die Gegendheit. Nee, du kannst dann im Prinzip dir deine Zeit einteilen, so wie du es gerne hast. Weil ich bin nämlich wirklich von einem Punkt zum nächsten halt gegangen, man hat dann halt immer die Audio-Files angehört, während halt viele, mit denen ich dann also gerade auch, wie gesagt, ich bin halt auch mit ein paar Leuten von diesen Podcasts rumgelaufen, die halt auch aus den USA und auch sonst wo aus England gekommen sind. Und die waren dann doch schon eher schnelleren Fußes gewesen. Also, die hatte ich dann eher verpasst. Also, ich habe die nach einer gewissen Zeit gar nicht mehr gesehen. Dann bin ich dann irgendwann für mich rumgelaufen. Was zu einem Punkt auch ein bisschen schlecht gewesen ist, aber da komme ich gleich vielleicht noch dazu. Okay. Aber du hast dann halt wirklich die Möglichkeit, dir eins nach dem anderen in Ruhe halt anzugucken. Und es sind auch wirklich einige Sachen dabei, wo du auch wirklich selber interagieren kannst. Also, es sind sehr viele Sachen, die halt sich von selbst aus bewegen, also so animatronisch. Und es gibt auch hier und da, also gerade so in der Mitte, relativ am Anfang war so ein Special-Effects-Bereich, wo sie einfach mal gezeigt haben, wie so ein Green-Screen-Effekt funktioniert. Und das halt an einem Beispiel, wo du dich halt auf einen Besen halt setzen kannst und dann halt so gefilmt wirst, als wenn du jetzt gerade Quidditch spielen würdest. Cool. Und dann hast du halt noch das eine Auto aus dem zweiten Film, das dann auch so nebendran hängt, wo du dann auch irgendwie vor dem Green-Screen hast, wo du dann halt sehen kannst, okay, also theoretisch kannst du dann dich dort auch fotografieren lassen. Und dann wird dann halt das Grüne hinter dir wegretuschiert und du bist dann halt wirklich auf dem Quidditch-Feld. Und dann kannst du es dir natürlich für einen kleinen Obolus dann natürlich dann erstehen. Also es gibt auch einige Shops, die so hier und da mal verteilt sind innerhalb der Geschichte. Und da gibt es zum Beispiel einen Shop, der hat, der ist eigentlich quasi so richtig zur Hälfte bei, wo du den Zug hast, den Originalzug, wo du dann halt so einen idealisierten, kleines 9,3 Viertel halt hast. Und da gibt es dann halt diesen Shop 9,3 Viertel und da gibt es dann bestimmte Items, die es nur in diesem Shop und nur dort auf dieser Welt kriegst du halt, was weiß ich, irgend so ein Sofakissen, wo 9,3 Viertel draufsteht, wo dann eine Freundin von mir unbedingt drauf brauchen wollte. Kai, kauf mir dort einen, sonst kannst du hier nicht mehr vorbeikommen. Ich brauche so einen, weil ich beim letzten Mal dort vorbeigegangen bin und mir keinen einen dort geholt habe und eine Freundin von mir hat es gemacht und ich will jetzt auch so einen und dann habe ich dann im Prinzip zwei dieser Kissen kaufen dürfen. Und ich habe auch, glaube ich, so 9,3 Viertel Bomberjacke dort geholt, die richtig cool ist. Die gibt es auch wirklich nur dort. So krass exklusiv. Ja, also selbst an dem 9,3 Viertel in King's Cross kriegst du das nicht, sondern nur dort in diesem, ja. Also es ist schon, da gibt es schon einige Möglichkeiten dort in der Ausstellung, wo, ja, doch schon auf dein Erspartes irgendwie gucken musst. Kannst du aber alles mit Karte bezahlen? Ja, das natürlich, natürlich. Die glüht an dem Tag. Die ist echt, die hat echt geglüht an dem Tag. Das war schon, also ich hatte danach irgendwie auch Schwierigkeiten gehabt, irgendwie den Koffer nochmal zuzumachen. Also, also die Kissen waren doch schon etwas größer gewesen. Ja. Ja. Weizkoffer. Genau. Den hatte ich eh schon dabei gehabt, aber den hätte ich dann nochmal Stufe größer haben müssen. Ja, naja. Also generell, du hast auch Sachen wie, wie die, wie zum Beispiel Haare gemacht werden, also Perücken gemacht werden, wie das Make-up aufgetragen wird. Also solche Aspekte vom Film. Von den Nachbauten her hast du halt, was weiß ich, deinen Gryffindor-Bereich gehabt. Dann hast du den Order of the Phoenix gehabt. Du hast Dumbledores, ich weiß nicht, sein Büro, zumindest mal seinen Bereich gehabt. Äh, dann hast du halt, äh, den, den Lehrbereich, äh, von, von Professor Snape quasi komplett ausgestattet gehabt. Hagrids Haus hatten sie zu einem gewissen Grad nachgebaut. Weasleys Haus. Ähm, dann hast du stellenweise so, so einzelne Szenen nachgestellt gehabt. Also wie wenn jetzt, sagen wir mal, die ganzen Todesser bei Voldemort, äh, gesessen haben. Ähm, Teilstücke von einem, äh, von einem Minimum. Ministry of Magic. Dann so einen kompletten Wald nachgebaut mit, mit Spinnen, die dann halt überall so ein bisschen rum, äh, laufen. Ähm, und so an einer Stelle hast du dann auch so irgendwie, ähm, sieht so ein bisschen aus wie so ein, so ein, so ein Hund mit so massiven LEDs dran. Wo du denkst, oh, ah, so machen die die Effekte im, in, im dritten Teil. Oh. Das hat schon, war, war schon ganz witzig gewesen. Und dann halt zum Schluss dann solche, äh, Sachen wie der, der Zug halt, ähm, der auch wirklich, also so abteilsweise so ausgestattet ist wie quasi Jahr 1. Ähm, wie soll ich sagen, äh, Sachen, die sie halt in den jeweiligen Filmen verwendet haben, da halt dort einfach mal verteilt im, im jeweiligen Waggon. Ja, war richtig, richtig toll gemacht. Ähm, und dann irgendwann gibt's so diesen Mittelteil, ähm, wo du dann erstmal so eine Art, so ein kleines Bistro, so ein kleines Restaurant hast. Da kannst du dir dann, äh, ne, ein Butterbier gönnen, ähm, de facto. Ähm, das Problem ist, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war ich so ein bisschen getrennt von meiner Gruppe. Ich hab die halt die ganze Zeit überall gesucht. Ja. Und da bin ich dann irgendwie so an dieser Butterbier-Ecke leicht so schnell vorbeigeeilt. Also im Nachhinein wahrscheinlich, bis es ein bisschen schade ist, weil ich gern schon sowas getrunken hätte. Mhm. Ähm, und weil du halt danach nur mal so wirklich zurückgehen konntest, das war halt so ein bisschen, ein bisschen schade gewesen. Und danach hast du halt so einen kleinen Außenbereich gehabt, der, da war ich dann froh, dass ich dann halt immer noch so eine Jacke dabei hatte. Oder zumindest mal ein bisschen dick angezogen war, wo du da draußen rumrennen konntest. Du hast dann wirklich so, äh, das Dursley-Haus gehabt, du hast den Nightbus gehabt, äh, du hast halt die, die Brücke außerhalb von Hogwarts gehabt, wo du dich so ein bisschen entlangstellen konntest. Ähm, und dann halt eine riesige dicke Schneekanone, die halt die ganze Zeit irgendwie, uff, schön Schnee irgendwie raus, rausgeballert hat. Ähm, und du hattest dann halt auch, äh, was ich vorhin gesagt hatte, auch diese, diesen einen Bereich gehabt, wo du halt wirklich so gesehen hast, wie die, die Außenhäuser, äh, wirklich quasi, ähm, äh, gebaut worden sind. Und das, das Dursley-Haus selbst innen drin war auch irgendwie richtig, äh, geil präpariert gewesen. Da hast du nämlich an einer Stelle, äh, hunderte, äh, herumfliegende Briefe gehabt, die eigentlich so, äh, du hast halt überall nur noch irgendwelche Fäden gesehen, wo halt die ganzen Briefe halt befestigt worden sind. Und das, das Ding war halt voller Briefe. Es hat halt richtig, richtig krass ausgesehen, wenn du da irgendwie davor gestanden hast. Das war schon, war schon richtig witzig. Ähm, und danach hattest du halt auch so ein bisschen so ein, ja, so, nicht so wirklich einen Make-up-Bereich gehabt, sondern eher so, äh, wie werden, äh, Sachen präpariert, wie werden Masken hergestellt, wie werden diese ganzen Pflanzen zum Beispiel, ähm, vorbereitet oder, oder, äh, einfach mal gebaut oder gebastelt. Diese ganzen, ähm, ähm, was weiß ich, ähm, Uhus in Anführungszeichen, ähm, Eulen in Anführungszeichen, die da, äh, herum, rumstehen. Ähm, unterschiedliche Köpfe von, von, von Zwergen und Gnomen, die dann halt gebastelt werden. Ähm, und dann eigentlich als Abschluss des Ganzen hattest du halt wirklich einen kompletten Nachbau von Kringotts gehabt. Also, der kompletten Bank, also dort, wo normalerweise Harry dann immer angefragt hatte, so von wegen, ja, wir, könnte ich mal gucken, was da gerade im Moment, äh, äh, für mich eingelagert ist. Ein bisschen was. Ein bisschen was, und das ist halt wirklich ein riesiges, großes, scheinendes Set, was sie da nachgebastelt haben. Das ist halt richtig, richtig groß und glitzernd und golden. Ähm, und dann hast du halt auch so den, den, danach den Bereich gehabt, wo im Prinzip aus, das war, glaube ich, war der Beginn von, von 7.2 gewesen, wenn ich mich recht entsinne, wo sie dann in Kringotts gewesen sind. Ähm, und da, genau, aus, genau, aus Kringotts geflüchtet sind. Und du hast dann halt zum Schluss, ähm, halt auch so eine, so eine Szene nachgestellt, wo du auch Kringotts wieder so halb zerstört hast. Und dann so alle Minute kommt dann halt so aus der, aus der, aus dem Off, äh, richtig viel, äh, Rauch raus und so lautes, böses Fauchen aus dem Hintergrund. Und dann geht dann plötzlich so ein bisschen, das Licht, äh, wird dann immer, immer stärker rötlich und es wird auch ein bisschen wärmer. Und dann kommt dann plötzlich so, brrrr, so eine Art Drachenkopf noch irgendwie hervor, äh, so als, als, äh, zusätzlicher Effekt. Sodass er aussieht, als wenn da gerade irgendwie der Drache da so ein bisschen, äh, gerade am Zerstören gewesen ist. Und dann, danach, ähm, bist du dann halt, ähm, in der Diagon Alley. Und die ist da wirklich quasi so komplett nachgebaut, wie es halt im Film gewesen ist. Wo du dann auch, ähm, was weiß ich, in die ganzen, äh, Shops dann halt reingucken kannst. Und du hast dann halt beim Ollivander, äh, äh, wenn ich jetzt gerade mal reingucke, kannst du reingucken, da hast du dann überall so diese unterschiedlichen, äh, Zauberstäbe, die so ein bisschen sich überall herumstapeln, äh, in den Fenstern. Und du hast dann ein paar Zeilen weiter, hast dann Flourish und Plots, wo gerade eine Ausstellung von, von Gilderoy Lockhart ist, äh, beziehungsweise sein Buch. Was, was richtig witzig ist. Und, ähm, dann hast du halt noch so ein paar Bereiche, wo so einfach so ein bisschen, äh, wie die Sachen halt designt werden, wie die Sachen gebaut werden. Und zum Schluss hast du halt das große Hogwarts-Modell, das sie halt wirklich auch für die Dreharbeiten verwendet haben. Und da, ich glaube, irgendwo am Rande hat auch irgendwie gestanden, sie hatten im Prinzip am Anfang auch nur so ein, so ein Grund-Hockwards gebaut. Und dann erst nach und nach und nach, wo sie dann wirklich das Ding noch weiter erweitert haben, um bestimmte Bereiche, äh, die sie dann halt in den jeweiligen Filmen dann benötigt haben. Und dann ist entsprechend so ein, so ein riesiges Modell halt draus, draus entstanden. Und, äh, ja, das ist im Prinzip eine riesige große Halle, wo dann einfach nur Hogwarts drinsteht, in Anführungszeichen. Hier steht Hogwarts. Genau, und ich hab dann halt irgendwo ein Dutzend Panorama-Fotos gemacht und ich steh dann einfach nur so ganz klein davor, vor dem riesigen Modell im Hintergrund. Das ist halt schon, schon geil. Und vor allen Dingen, dadurch, wie gesagt, es ist halt Weihnachts-Atmosphäre, hast du noch überall noch quasi dein, dein Schnee noch irgendwie draufliegen. Und es ist halt immer noch so eine ganz, ganz besondere Atmosphäre dann da dabei. Das war schon ein magischer Ort, würde ich sagen. Du darfst da drin aber im Prinzip frei fotografieren. Ich denke mal schon. Ich hab sehr viele Fotos gemacht. Es hat sich niemand beschwert. Es hat sich niemand beschwert, aber du musst jetzt auch keine Fotolizenz oder sowas kaufen, wie du das in so manchen Ausstellungen hast. Nicht unbedingt, naja, naja. Nicht, dass ich wüsste, Kind. Nee. Nee, ich denk, ich hoff mal nicht. Die kommen jetzt im Nachhinein und sagen so, ne, ähm, ja, was ja, haben sie denn da gemacht. Wir klagen dich jetzt weg und, ja. Ja, nee, also wie gesagt, es ist, es hat schon mehrere Stunden gedauert, einfach mal so durchzurennen. Ja. Ähm, aber es war schon, ähm, schon überwältigend, was, was man da so alles gesehen hat. Es war schon, genau. Und dann zum Schluss hast du natürlich dann den üblichen Shop noch am Ende, wo du dann halt sagst, okay, dann kann ich vielleicht noch einmal was kaufen. Nach, wenn du, wenn du schon beim, beim Shop beim neuen Dreiviertel schon irgendwo, äh, alle Hände halt voll hattest, kannst du dann zum Schluss dann nochmal noch ein bisschen mehr noch dazu kaufen. Kannst du einschätzen, wie viel Geld du ausgegeben hast? Äh, also. Die Bomberjacke, die Bomberjacke, die Bomberjacke hatte schon ungefähr 100 gekostet. Also, ich war so um die 150 wahrscheinlich. Mhm. Das war schon, war schon ordentlich. Ja, und dazu halt noch den Eintritt sozusagen, also. Dazu kommt, also, das war jetzt ohne Eintritt. Ja, ja, also so insgesamt, essen, trinken, weiß ich nicht. Dann hast du noch, dann hast du noch irgendwie, äh, Fotos, ja, Fotos habe ich jetzt keine gekauft, aber ich habe zumindest mal, äh, mir auch noch, äh, wobei, es war ja eigentlich ein Geschenk. Also, ich hatte, äh, für eine, für eine Freundin hatte ich, ähm, so eine, so eine Truhe, äh, mal noch irgendwie machen lassen, du kannst dann halt auch, äh, die Initialen halt draufdrucken lassen. Uh. Und das ist dann halt so eine, so eine kleine Hogwarts-Truhe. Da kannst du dann halt deine, deine Sachen halt in die reinmachen, die dann halt wirklich personalisiert ist mit, mit deinen Initialen. Ja, also. Würde ich auch nehmen. Du kannst schon, du kannst schon mit 200, 300 rechnen, wenn du, wenn du jetzt, sagen wir mal, das eine oder andere dir noch dazu holst, aber wie gesagt, also die, die Ursprungskosten, wenn du, wenn du einfach nur hingehst, äh, du erreichst es relativ schlecht, in Anführungszeichen, also du musst schon zu einem relativ ausgelagenen, ähm, ähm, Zugstation fahren. Also, also einerseits musst du halt mit dem Zug fahren. Ja. Äh, und vom Zug musst du dann in den Bus steigen, der dich dann halt so in den Studios fährt. Ja. Also der, der Trip hat schon ungefähr so eine, so eine Stunde gedauert. Ähm, und dann hat das Ticket, wie gesagt, in der Adult-Version so zwischen 50 und 60. Ich, ich hab jetzt nochmal geguckt gehabt, da, also wenn du so ungefähr zwei Monate in die Zukunft guckst und da nach, nach, irgendwie was buchen wolltest, bist du so knapp bei 50 Pfund. Ja. Ähm, und ansonsten gibt's da noch die Möglichkeit, wie gesagt, dir noch einen Guide noch mit dazu zu, äh, zu kaufen, der da noch, weiß ich, 10 Euro mehr kostet. Ähm, mit so einem kleinen Heftchen noch dazu, ähm, ich glaub, das war so im Prinzip das, das Standard-Paket, was man sich so irgendwie so kaufen konnte. Joa. Und theoretisch kann man halt auch mit dem Auto dorthin, dann gibt's halt auch einen relativ großen Parkplatz. Ähm, ja, wenn man halt links fährt auf der Spur in England. Es ist ja nicht mal so, dass man da so eine spontane Sache sagt, ja, los, wir mieten uns hier halt ein Auto, muss sich ja dann auch noch an den, anderen Verkehr gewöhnen. Ui. Ja, 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 da kommt noch alles, also wie gesagt, das ist noch ein bisschen, ähm, ein bisschen außerhalb von London, also da kommt auch noch die Stadt noch mit dazu. Äh, ja, also ich denk, einfacher ist es wahrscheinlich, wenn man halt irgendwo in London mal grad unterwegs ist, äh, da vielleicht einen Wochenendtrip oder so macht. Äh, dass man sich einfach mal, was weiß ich, einen Nachmittag Zeit nimmt, äh, und dann kann man sich dann halt doch schon drei, vier Stunden lang dort halt, äh, quasi einmal rumlaufen. Das ist schon, schon eher so ein Tagesausflug eigentlich, also weil du musst ja dann auch immer eine Stunde hin und eine Stunde zurück. Ja, also entspannter Tagesausflug im Sinne von, wir fahren irgendwie vormittag los und kommen abends halt wieder zurück, wenn wir uns halt sagen, wir wollen drei, vier, fünf Stunden dort sein. Ging, glaub ich, ich glaub, ich war so um, ich glaub, zwischen drei und vier war, glaub ich, mein Termin gewesen, wenn nicht sogar um vier. Mhm. Und, ähm, ich war, glaub ich, so um, acht, neun Uhr, glaub ich, daheim. Ja. Aber die haben auch eine ganze Weile offen, oder? Also so bis. Ja, ja. Zu dem Zeitpunkt hatten sie etwas länger offen gehabt, ja. Ja, naja, gut, müssen ja dann irgendwie, die werden wahrscheinlich so eine Mindestlaufzeit haben. Genau, wie gesagt, du hast halt irgendwo, äh, kannst halt deinen bestimmten Slot aussuchen, ich glaub bis, bis sechs Uhr oder so waren die Slots vorhanden gewesen und dann kannst du dich dann im Prinzip dann einmal so, äh, so durch die, die, die Menge dann halt durch, durchkämpfend. Ja. Hm. Also, wir, wir lernen daraus, es gibt viel zu gucken, viel zu erfahren, aber auch sehr viel Geld auszugeben. Leider, ja. Es ist nicht, wie nicht, sondern nicht billig. Nicht, sondern nicht billig. Okay, na gut, aber ich glaube, damit muss man rechnen, wenn man da hinfährt, äh, dass das kein, also wahrscheinlich kann man auch sozusagen eine günstige, eine günstige Fahrt wählen, wenn man sagt, man nimmt halt nur den Eindruck, der ist ja auch schon, schon sehr, sehr, sehr happig. Ja. Im Prinzip, aber wenn man dann konsequent sagt, man kauft jetzt nichts Großes mehr ein, macht Fotos halt selber, anstatt halt welche zu kaufen, ähm, dann kann man sich da vielleicht auch unter 100 Euro, 100 Pfund sozusagen durchbewegen, aber es wird wahrscheinlich schwer werden. Ja, insbesondere, wenn du wahrscheinlich mit einer Familie dorthin gehst, dann musst du ja doch entsprechend höheres Budget dann halt einrechnen. Ja, also ich habe jetzt sozusagen unter 100 pro Person sozusagen gesagt, gedacht. Ja, genau, genau. So, ähm, klar, wenn du damit mehr als, also es ist schon ordentlich, glaube ich, dass, ähm, hm. Leider ja. Ja, das bezahlen sie sich gut, also ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, was ich mal bezahlt habe, wo ich in London war und wir waren in Madame de Sous und, äh, im London Dungeon, da haben wir halt irgendwie so knapp 30, also für Madame de Sous, glaube ich, knapp 30 Pfund halt bezahlt für den Eintritt. Das war viel für den Moment sozusagen, äh, Schüler halt, das war gefühlt der letzte Tag und alle haben nur noch den Rest von ihrem Taschengeld zusammengekratzt und bei einem hat es nur gerade so noch geklappt und dann hast du ein bisschen ausgeholfen, aber da gab es die Studios noch nicht. Aber wenn ich mir das jetzt vorstellen würde, ich würde jetzt halt mit einer Schulklasse da hinfahren, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass einige Schüler sich das halt vornehmen, da hinzufahren und das reißt, glaube ich, ganz schön in die Tageskasse rein. Erstens, weil das und wahrscheinlich können sich auch viele das dann auch gar nicht leisten, was halt brutalsteuer ist. Das ist halt schon schade an der Stelle. Ja, vor allen Dingen, weil du, wenn du halt so sagst, die haben so einen super exklusiven Shop da drin, was, also ich meine, es hypt halt die Produkte extrem, die dann man da drin kaufen kann, finde ich dann auch mal ein bisschen schade. Ich meine, klar, ein bisschen Exklusivität ist okay und ist auch gut so, aber halt so dieses nur hier und nirgendwo anders und du kannst es auch nicht bestellen, ist halt schon happig. Also, ja, ich verstehe, warum Leute, also warum man das macht so, aber gibt es halt super viele Leute, die es halt einfach nicht dahin schaffen, weil es halt extremst teuer ist und dann hättest du gerne so ein Produkt vielleicht aus dieser Reihe, weil dir halt irgendwer erzählt hat, das war ein super tolles Kissen, das habe ich da gekauft. Schade, also halt auch, weil du dir ja vielleicht im Shop sagst, ja, okay, das will ich jetzt nicht den ganzen Tag mit mir herumtragen oder so. Ja, und vor allen Dingen, wenn du da wirklich irgendwie unter diesen, ich will nicht sagen, psychologischen Druck gestellt wirst, so von wegen, du findest diese Jacke nur hier und nirgendwo anders und wenn du die Jacke halt irgendwo draußen haben wolltest, nö, tut mir leid, du müsstest dann nochmal quasi von vorne bis hinten hier nochmal durchlaufen. Ja, ich glaube, das ist schon psychologisch schon ein bisschen, ja, komisch. Es ist ein bisschen sehr unter Druck gesetzt, den Konsumenten da halt irgendwie was zu kaufen, weil du halt dir denkst, okay, nur hier, nur jetzt, lebe in dem Moment halt, aber, also es würde mich auch gar nicht unter Druck setzen, wenn ich dann da wäre und mir würde halt irgendwas super wichtig, also super gefallen und mir halt so denken, das hätte ich jetzt schon gerne, ist aber vielleicht doch ein bisschen teurer und übersteigt vielleicht meine Ausgabengrenze so um 10 Pfund oder sowas, wo du dir dann halt so, hm, du kannst dir ja dann sozusagen nicht mal Zeit lassen und sagen, lass mal einen Raum weitergehen, ich gehe nochmal zurück, wie du halt sagst, du kannst noch schwer zurückgehen, dann wird es halt kacke. Ja, richtig. Ja, okay. Muss man wissen, ist ein guter Hinweis, wenn man dann da mal ist, dass man sich bewusst ist, nur jetzt und nur hier und vielleicht muss man dann so ein bisschen konsequent zu sich sein und zu sagen, ja, auch wenn es exklusiv ist, es ist eigentlich überteuerter Merch. Ja, genau, richtig überteuerter Merch. Im Prinzip, ja. Aber, jetzt wissen wir ein paar Sachen mehr, also ich kann noch kurz was zu der kleinen Ausstellung sagen, wenn du magst, das war halt so eine kleine Gastausstellung in den Babelsberg Filmstudios in Potsdam, die war ganz süß gemacht, also vom Einlass her hat sich das gerade eh nicht angefühlt, wurde halt auch so schwungweise, wurden so 20 Leute, 20, 30 Leute reingelassen und bevor du überhaupt in die Ausstellung reinkamst, gab es zwei Situationen für die Gruppe gesamt, also da wurden halt immer so die Gruppen, die halt sozusagen zusammen zu der Ausstellung gekommen sind oder Paare wie auch immer, erstmal vor so einen Greenscreen gestellt und alle haben so einen Zauberstab in die Hand bekommen und da wurde halt ein Foto gemacht. Und dann konntest du dir dann später halt aussuchen, welches Hintergrundbild dafür halt verwendet werden soll. Wir haben dann, glaube ich, den Hogwarts Express genommen und alle stehen halt so Zauberstabhalten davor, das war schon ganz süß. Und dann gibt es, gab es so etwas wie so eine kleine Zeremonie der Einsortierung halt, da ist eine, die dann halt sozusagen das Tor öffnet zu dieser Ausstellung, da gehst du da durch und dahinter ist dann halt... Ja, so beginnt's auch, du hast halt wirklich jemanden, der am Anfang so ein bisschen zu dir spricht, so ein bisschen und irgendwie wie Hogwarts aussieht und ein bisschen das Franchise erklärt und dann öffnen sich so die Türe und du kannst dann halt reingehen. Ja, und dann haben die so jetzt geöffnet, haben das halt erzählt gehabt und dahinter war aber gleich sozusagen der Hogwarts Express sozusagen dargestellt. Der hat so ein bisschen gedampft und daneben war so eine Mini-Bühne, ein Stuhl stand da und der Hut, der sprechende Hut stand halt da drauf. Und dann haben sie halt eine Person aus dieser Gruppe, die dann halt so ein bisschen gesammelt war, ausgewählt und gesagt, setz dich mal her, wir machen sozusagen mit dir mal den Sortierungskram. Und dann setzt die das halt so auf, dann reden die noch kurz so ein bisschen miteinander und dann kommt halt aus den Stimmen von irgendwer her so, du bist in Hufflepuff. Alle applaudieren so ein bisschen, verhalten und dann wird so ein Vorhang eröffnet und dann beginnt eigentlich die eigentliche Ausstellung. Dann hat die so kreisherum sozusagen dich in so einem Gang halt durch diese Ausstellung geführt und das waren halt sehr viele kleine Requisiten, bei denen dann halt erklärt worden ist, was das ist. So Bücher oder halt mal ein Hut von irgendeinem Kostüm, mal ein komplettes Kostüm. Ich glaube, ein Snate-Kostüm hatten sie zum Beispiel oder von Filch. Die waren halt komplett ausgestellt. Aber dann auch so ganz viele Kleinigkeiten, einfach halt nur so Kisten, das, wo dann halt dazu beschrieben war, was, was ist. Gemälde wurden gezeigt, die dann natürlich ein bisschen verkleinert waren. Aber halt, wem sehen wir da und wo kam das im Film vor? Da konntest du dann halt so ganz entspannt durchgehen. Und ich weiß aber so zwei, dann hatten sie aber auch einen größeren Raum, der war halt so ein bisschen angelehnt an den verbotenen Wald. Ich glaube, der Raum hieß auch komplett so. Und die hatten wie so eine Halbschale von Hagrid's Hütte gebaut, in der halt der Sessel war, auf den du dich halt dann draufsetzen konntest, in dem du halt so super klein wirkst. Du konntest wirklich reingehen? Jaja, also das war wirklich so, dass du reingehen konntest und dann, der war halt offen. Also es war halt so ein nachgebautes Filmsit. Also bei uns, bei der war es halt ständig gewesen, einige waren auch wirklich komplett abgesperrt. Also du konntest halt wirklich nur reinschauen. Die haben halt, was weiß ich, Sachen halt aufgestellt gehabt, aber du konntest es nicht wirklich betreten. Ja, es war da auch wirklich nur so ganz explizit. Also diese Hagrid's Hütte war halt auch nur so, wie so eine Halbschale halt aufgebaut. Du hattest auf der einen Seite den Tisch, den großen, und dann so ein angedeutetes Lagerfeuer, also hier Kesselding. Und auf der anderen Seite stand halt dieser riesige Sessel, auf dem sich halt dann super viele Leute draufgesetzt haben, weil du in dem halt super klein gewirkt hast. Und dann haben wir ein paar Leute ein paar Fotos gemacht. Und drumherum waren halt so kleine Hügel gebaut. Die waren dann halt abgesperrt, wo dann halt verschiedene magische Tierwesen zu sehen waren. Es gab ein Einhorn und Fluffy war irgendwo zu sehen und ein Testral und solche Sachen, die dann halt auch so in so einem schummrigen Licht beleuchtet waren. Aber das war alles sehr süß gemacht. Und ich weiß, die haben halt auch verschiedene Kapitel sozusagen ein bisschen beleuchtet. Es gab was zum Riemarkischen Turnier. Dann haben sie halt auch so ein bisschen die unterschiedlichen Häuserkutten sozusagen gezeigt. Ein bisschen was zu Quidditch, ein paar Zauberstäbe ausgestellt. Hatten aber gleichzeitig so ein bisschen was schon zu fantastische Tierwesen ausgestellt. Deswegen halt auch so ein bisschen diese Tiere in dem Hagrid-Bereich. Gab's halt so ein paar Kostüm-Replika halt aus fantastischen Tierwesen. Alle größeren Figuren sozusagen einmal dargestellt. Und so ein paar... Hab ich hier noch? Also es gab noch so eine Wand, wo von Dlaw's Umbridge halt diese ganzen Regeln sozusagen angeschlagen worden sind. Und dann hat sie halt diesen Torbogen und hat es halt das Gefühl, als würdest du in die große Halle gehen. Aber dahinter war die große Halle nicht. Ja, klar. Weil die nachzubauen ist halt... Da brauchst du schon ein bisschen mehr Platz. Ja. So, aber halt... Danach... Dahinter hatten sie so eine kleine Festhalle halt gebaut. Da waren halt dann Kostüme gezeigt von so einem... Halt von dem Ball im Prinzip. Du hattest aber halt da auch mal so ein Dumbledore und so eine McGonagall stehen in so einem festlicheren Aufzug. Und in allen Ecken dieses fast quadratischen Raumes hing halt eine Schul... Äh, Quatsch, eine Haus... Ein Hauswappenflagge mehr oder weniger. So, dass du so ein bisschen so ein Gefühl hattest von mini, 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 mini große Halle. Also kein Tisch, sondern halt wirklich nur Belichtung, farblich Gestaltung und halt diese... Kostüme. Es ging sehr viele Kostüme und halt so Requisiten-Kram, sag ich mal. Ähm, und danach bist du eigentlich mehr oder weniger in den Shop gefallen, der relativ lang war. Aber davor gab es, äh, so zwei Kamerasituationen, wo du dich halt vor der Greenscreen vor sozusagen stellen kannst. Und dort hatten die auch zwei Fotografen halt abgestellt, die dann mit dir halt dieses Foto machen. Und wir haben eine von den beiden Sachen gemacht. Und das war super lustig. Weil du hast halt... Okay. Ähm, den Fotografen, den die da hingestellt haben, der hat die größte Zeit eigentlich Englisch gesprochen. Und ich meine, es war halt eine in Deutsch sozusagen gesetzte Ausstellung eigentlich. Aber es hat mich wirklich gestört. Der Mann hat einfach entertaint. Und du hast halt da sozusagen ein Filmplakat machen, also ein Plakat machen können, in dem Stil von Sirius Blacks Gesuchtsschild. Oh. Ah, ja. Okay. So, und du hattest die Auswahl zwischen drei oder vier Zauberstäben. Also es war der von Hermine dabei, Dumbledore, ich glaube der von Harry war noch mit dabei und noch einer oder sowas, ne. Und natürlich alle vier, einen Umhang hast du bekommen und einen Schal halt in deiner Hausfarbe. Und dann wurde halt dieser, dieses Foto gemacht. Und meine Schwester hat dieses Foto halt gemacht. Äh, wir haben alle so sehr gelacht. Einfach nur. Weil der hat halt so ihr gesagt, die soll mal Witten gucken. Und meine Schwester kann nicht Witten gucken. Und es ist einfach nur so, als würde sie sich so darüber freuen, dass sie festgenommen worden ist. Das ist ein super niedliches Bild. Aber die haben sich halt sehr gekümmert. Und am Ende halt von diesem Shop-Bereich konntest du dir das dann halt so auf Plakat, also nicht ganz A3 ausdrucken lassen, wenn du wolltest. Oder halt auch so auf so Magneten oder kleine Fotos halt. Hat natürlich alles ordentlich Geld gekostet. Aber wir haben uns gedacht, machen wir jetzt mal. Ansonsten halt ein typischer kleiner Shop halt hinten dran. Super viele Zauberstäbe hättest du kaufen können. Das war der größte Teil des Shops. Hattest du so ein richtiges, gefühltes Ollivender. Regale, die super hoch waren und alles voller Zauberstäbe gefüllt. Und ansonsten halt auch ganz viel Kleinkram, der halt irgendwo mal kauflich zu erwerben war. Aber prinzipiell ganz süß. Und vom Zeitaufwand nicht so lange. Ich glaube, wir waren zwei Stunden oder so da drin und haben uns aber auch Zeit gelassen. Ja. Aber habe ich so im Neuen natürlich gedacht, ja, kann man mal machen. Ist schon süß. Vor allen Dingen, wenn man es nicht in die großen Studios jetzt demnächst schafft. Aber war das jetzt nur eine zeitlich begrenzte Ausstellung? Ja, die war nur zeitlich begrenzt ausgestellt. Also, es war halt so ein, keine Ahnung, die waren da so ein paar Monate. So eine Exhibition halt, die da halt, du musstest dich auch vorher anmelden dafür. Du bist da eigentlich, also, ich glaube, wenn du am Tag versucht hast, Tickets zu kaufen, hast du vielleicht so ein paar Timeslots gehabt, wo es geklappt hätte. Aber im Prinzip haben wir die Tickets, glaube ich, auch zwei Wochen vorher oder sowas gekauft. Weil du dann halt auch so ein bisschen schneller reingekommen bist. Obwohl wir auch ziemlich lange angestanden haben. Aber die hatten halt auch, wie bei euch, sozusagen halbstündige Zeitslots, in die du dich halt eingebucht hast. Und dann wurde das sozusagen, stand da halt so, stellen sie sich zu dieser Zeit ungefähr an, dann sind sie zu dieser Zeit drin. Es hat ungefähr geklappt. Ich glaube, wir hatten so eine Viertelstunde Verzug im Prinzip. War halt einfach nur, weil wir halt im Dezember da waren, ein bisschen kalt. Aber, ja, du kannst da halt auch Jacken und Taschen alles abgeben für so einen typischen Euro-2-Euro-Stückchen, sage ich mal. Damit du nicht halt mit deiner schweren Winterjacke da durchrennen musst. Weil es war sehr warm, das weiß ich. Ja, klar, wenn du so Studieleuchten überall hast, dann wirst du halt im Prinzip von allen Seiten her schon irgendwie beballert mit stärkerer Hitze. Ja, und es ist halt auch alles ziemlich eng gewesen, das weiß ich noch. Und super viele Leute halt für das Verhältnis da halt schon drin. Also ganz normal, dass sich der Raum halt so ein bisschen aufheizt. Aber wenn es mal angeboten wird, mal wieder in der Zukunft, und man sich sowas vorher noch nicht angesehen hat, würde ich es schon empfehlen. Also es ist auch nicht so, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben so knapp 20 Euro pro Ticket bezahlt. Ist jetzt auch nicht super günstig. Aber war das jetzt komplett für Babelsberg oder halt besonders dafür jetzt gewesen? Also jetzt ausgenommen davon? Es war gesondert. Es war gesondert von Babelsberg. Also es hat nur sozusagen den, also Babelsberg selber war geschlossen zu dem Zeitpunkt schon. Okay. Die haben sozusagen eine hintere Halle mit für die sozusagen geöffnet. Und du bist auch über den Hintereingang sozusagen da reingekommen nur. Also auch nicht über den Haupteingang, sondern es war eine gesonderte Ausstellung, die einfach nur auf dem Platz von Babelsberg halt stattgefunden hat. Okay, okay. Hatte jetzt auch keinen Außenbereich, es war halt wirklich alles in. Okay. Ja. Ja gut, aber war das jetzt halt wirklich auch so in einem, was normalerweise als Filmstudio dann genutzt wird? Nee, ich glaube, also das nicht. Es war halt wirklich alles sozusagen da halt wie so eine kleine Museumsausstellung halt aufgebaut, durch die du halt durchgeführt, also anfänglich geführt und dann konntest du selber gehen. Aber jetzt kein aufgebautes Set in dem Sinne. Okay. Nee, also halt nur so wirklich das Setartigste war tatsächlich halt diese Hogwarts-Quatch-Hackrets-Hütte. Aber da, das war halt in so zwei Teile aufgeteilt, einfach nur auf der einen Seite der Stuhl, auf der anderen Seite der Tisch. Aber es war jetzt kein Set in dem Sinne, sondern halt nur so ein nachgebautes Requisit. Nee, ich hatte nämlich, war ungefähr vor zehn Jahren, war ich mal in Babelsberg gewesen. Und da hast du ja im Prinzip auch irgendwie deinen normalen Bereich gehabt wurde, was weiß ich. Die Hütte von Löwenzahn hattest, Fuchur, der Drache und das Boot, alle möglichen anderen Sachen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt sind schon die ersten Minions rumgelaufen. Und irgendwann hatte man auch so eine kleine Tour drumherum gemacht. Und dann hast du halt auch wirklich, wirklich so richtige Filmsets. Bist du halt vorbeigefahren. Ja. Und da hatte ich jetzt gedacht, dass es vielleicht in einem von diesen gewesen ist. Nee, also es ist wirklich einfach nur so, weiß ich nicht, lass es zwei Hallen von denen halt einfach sein, wo die im Innenraum vielleicht im Normalfall irgendwas machen, wenn nichts ist. Ja. Und die haben sie halt sozusagen einfach als Ausstellungsraum umgebaut für halt so ein bisschen Requisiten, Kostüme und größere und kleinere Sachen. War ganz süß, wie gesagt. Also es kann wahrscheinlich lange nicht mithalten mit den originalen Studiotours, weil es halt auch keine Filmsets in dem Sinne sind. Aber halt alles so ein bisschen, was man transportieren konnte, mehr oder weniger, hat man sozusagen mal dargestellt. Ja. Um schon ein bisschen mehr zu erfahren oder das halt auch einfach mal ein bisschen näher zu sehen. Mhm. Cool. So kann man seine Zeit auch verbringen. Hätte mich jetzt auch interessiert, aber ja. Ah, mal gucken. Also ich glaube, das ist halt so eine Gastausstellung gewesen. Ich kann bestimmt noch mal wiederkommen. Muss man, glaube ich, einfach mal gucken. Ich glaube, ich habe das auch nur zufällig irgendwo mal bemerkt, dass die irgendwo angekündigt worden ist und das dann halt immer mal wieder im Auge behalten. Und dann hatten wir uns zufällig auf einen Termin geeinigt, wo wir auch Karten dafür bekommen hatten. Und dann haben wir gesagt, los, wir machen das jetzt. War jetzt nicht so ein langer Planungsaufwand mit zwei Monaten Vorlauf für London-Touren sozusagen. Ja, klar. Aber es ist aber gut zu wissen, dass man das so weit vorplanen sollte. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, sollte mal. Also ich habe generell dieses Wochenende, wo ich dann in London gewesen bin, so dermaßen vollgepackt gehabt mit Sachen, wo ich dann halt sonntags halt zu dieser Ausstellung gefahren bin. Dann war ich samstags, hatte mal halt von den Podcasts, hatte mal quasi ein großes Meeting gehabt. Und freitags, das war auch ein geiler Tag, da hatte ich im Kino die Eiskönigin oder die Eiskönigin Teil 2 gesehen, also Frozen 2. Ja. Um 11.45 Uhr im Kino. Ganz früh morgens. Ganz früh. Und abends hatte ich dann Theatervorstellungen mit Sir Ian McKellen gehabt. Und als ich gesehen habe, dass Sir Ian McKellen gerade im Moment in London spielt, da habe ich gedacht, das ist eine der Gelegenheiten, die gibt es nicht so häufig im Leben. Ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich das auch noch mitgenommen. Also es war schon ein sehr kulturreiches Wochenende. Sehr viel danach zu verarbeiten. Ja, ja, genau. Vor allem, wenn du dann wirklich irgendwie in diesem Auditorium sitzt und du halt wirklich diese legendären Sprüche, diesen legendären Zitat von ihm selbst halt hörst, so You shall not pass. Gänsehaut. Gänsehaut. Also wir lernen daraus, wenn ihr euch ein Wochenende in London plant, macht es voll, macht alles. Auch wenn es teuer wird. Leider. Das tut uns leid. Aber wie passiert das nochmal? Muss man ja leider so sagen. Leider, ja. Aber ich würde sagen, damit sind wir an einem guten Ende angekommen. Mhm. Du wirst uns noch ein paar Fotos zur Verfügung stellen, oder? Das werde ich auf jeden Fall. Ich bin jetzt gerade schon so ein bisschen dabei, so ein bisschen vorzusortieren, welche Fotos die ich euch jetzt gleich zuschicken werde. Ja. Schon einige dabei. Also wir werden auf dem Instagram von uns ein paar von KS Eindrücken teilen, die ihr euch dann noch ansehen könnt, zusätzlich zu dieser, also zusätzlich zu der Folge halt. Ja. Die ihr uns freundlicherweise zur Verfügung stellt. Das ist sehr lieb von dir. Und wir hoffen natürlich für alle, die sich wünschen, bald in die Studiotours zu kommen, dass wir das dann auch wieder machen können und es bald wieder klappt. Aber bis dahin, danke ich dir erstmal, lieber Kai, für diese Aufnahme. Gerne. Und ich wünsche allen einen wunderschönen Tag, Abend, gute Nacht und wann immer ihr das hört und noch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Bis bald. Macht's gut. Frohe Weihnachten. Tschüss. 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 Tschüss.